Yo guys, this is DJI Micro X und ich bin hier mit Part 2 von einem Ding, das eigentlich in keine zwei Parts geteilt werden sollte, aber YouTube will es nicht anders. Sie beschweren sich wegen der Hintergrundmusik und ich muss das ganze Ding neu machen. Und da habe ich mir gedacht, dafür mache ich das gleich so, dass ich das erste, was da drin war, nicht gleich neu mache. Das verhält ich so und re-ehrt ihr einfach den Wrestling-Part, also haut das Influence raus, damit YouTube nichts zu beschweren hat und macht das Match so rein, damit ihr was zum Glotzen habt. Und ich habe gleich Jeffs neues Neon-Artile genommen, also das, was ich praktisch verändert habe, weil das Facepad mir nicht so ganz gefallen hat und ich habe ein bisschen mehr Neon gemacht, way more Jeff, Ich habe außerdem das Zweig-Artile von Jeff genommen, weil man da ein bisschen mehr damit umbasteln kann, als nur mit den Wristbands. Sieht auf jeden Fall viel besser fürs Neon ausfindig und ich hoffe, dass ich jetzt die ganze Zeit nicht hier nur kassiert, sondern auch schön austeilt. Die Neon Generation X, which is the shoe. Los geht's. Sehr schöner Anfang, sehr schöner Anfang. Sehr gut. Sehr gut. Boom. Ah, dammit. Zack. Zack. Und bam 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 bam. Das hier ist ein Elimination Tag, meinst du also vergisst das nicht. Hier gibt's One-Way-Fall, also Pin oder Submission und derjenige ist dann draußen. Und dann musste das jeweilige Team dann zu zweit fortfahren. Hoffentlich verkacke ich's nicht. Und falls ihr das davor noch sehen konntet, also das, was ich raushauen und löschen musste, was ich aber immer noch auf meinem Laptop habe, dann könnt ihr fest vergleichen. Da ist echt viel Kacka auf einmal passiert. Eat. Dad. Ah, dammit. So. Sehr schön. In your face. Very nice. Ich frage mich, was ich ein Signature bekomme. Es dauert grad ein bisschen. Und er hat wenig geblockt. Und ich greife wieder an. Und ich mache ein Genetic. Und da kommt der Signature. Steh auf damit du ein Spine Buster kassierst. Steh auf damit du ein Spine Buster kassierst. Und du kassierst ein Spine Buster. Sehr schön. And now it's socket time for the Pedigree. Pedigree. Sehr schön. Gucken, dass keiner stört. Stört keiner, gut. Und. One. Okay, das reicht noch nicht. Das reicht noch echt nicht. Okay, der Pedigree wurde ausgeteilt. Wir lassen jetzt mal jemand Neues rein. Und zwar der, der zuerst ans Apron kommt. Okay, Jeff Farley. Hoffentlich funktioniert's. Ich will's cooler machen. Hallo Paki, doch. Ich dachte, was ist mit dem los? Ähm, Leute. Das war... Okay, ich hab das Tag zwar nicht gesehen. Du kassierst auch noch. Und du jetzt auch. Und deine Freunde auch. Okay. Und zack. Sehr schön. Ah, der mit. Bam. Ah, schade. Vergiss es. Oh, Harley Way. Bam. Zack. Sehr schön. Und gleich der... Ah, schade. Der muss noch treffen. Der muss noch treffen. Das wäre very nice. Let's drop. Bam. Ah, damn it. Der ist eigentlich recht schwer zu blocken. Schade. Ich dachte, der trifft jetzt fett. Der Harley Way. Sehr schön. Und zack. Jawohl. Der hat gesessen. Und zack. Jawohl, der hat gesessen. John Devil Aspaw. Und ich hab drauf gewartet, bis er anfängt zu rennen, dass ich ihn abfangen kann. Das kann er nicht blocken. Okay, ich wollte eigentlich vom Seil. Sehr schön. Sehr schön. Ein Signature. Wie fährst du, wenn du ihn einsetzt, Jeff? Verdammt. Verdammt. Und zuge in der Tat. Ey. Let's Jeffs move. Vergiss es. Steh auf. Damit du... Was kriegt er jetzt? Ein... Was war's? Faceplank. Noch was. Und die Swanton Bomb. Sehr schön. Und... One. Two. Nein. Dammit. Das wäre ein so geiler Abschluss gewesen. Dann schieben wir ihn in ein Twister-Fade. Very nice. Okay. Das wollte ich zwar nicht... Oh. Damn. On the ass. Schade. Hättest du zu... Ah. Klein Forum. Genau. So. Sehr schön. Komm schon. Ah. Das wollte ich doch gar nicht. Und noch ein... Und diesmal hat er getroffen. Es war klar, dass er das irgendwo blocken musste. Probier wir sie... Ah. Geht auch nicht. Ich will doch nur ein... Ah. Scheiße. Ich glaube, Jeff muss langsam raus. The fuck. So. Cine kommt in. Und mal gucken, was er jetzt hinkriegt. Gar nichts. Eat that. Eat your face, bitch. Bam. Let's go. Zack. Ich hab nix gesehen. Eat that. Oh, dammit. Nein. Ich krieg's es nie hin, dieses Ding zu blocken. Und wieder das gleiche. Nein. Ein Erbo. Dumm. Piss up. Ein Bug5. Ah, doch nicht. So. Perfekt. Und ein... Ey, ey. So, jetzt. Mach doch. Moin. Was? Verarschen. Eat that. Alter, das gibt's nicht. So, jetzt. STF. Eat that. Komm, 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 komm. He taps out. Yeah. Sehr schön. Nummer eins ist draußen. Very nice. Und der hat nen Finisher drauf. Fuck. Wenn der Spear mich trifft, dann gut nacht. Wo sind die anderen? Ich will mal Hunter wieder reinlassen. Oh shit. That's gonna hurt. Ich hab... Ich schwör's euch. Ich hab perfekt gedrückt. Aber sowas von perfekt gedrückt. War das jetzt ein Finisher? Egal. Hot Tag. Alles klar. Ha. Eat that. You can't see this. Falscher Taun. You can't see this. Sehr schön. Ich dachte grad, jetzt kommt der Spear, Alter. Das wär das Ende für Sie. Sehr schön. Ein Pedigree. Perfekt. Eat that. Perf. Pedigree. Sagt mir, der andere liegt irgendwo und der wird's nicht abbrechen. Moin. Verdammt. Sehr schön. Ah fuck, what? Roman Reigns. Was für ein Tier. Ha. Jetzt hast du nichts mehr zum Tackle. Eat this. Du verwächst mir heut noch. So. Verzieh dich, Alter. What up? Jetzt. Bam. 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 Eat that. Sehr schön. You fucked it up, dog. What? What? Habt ihr das gesehen? Alter, ich werde langsam wie so ein Kommentator vom Fisserspiel 1, Alter. Und ich kann mich gerade nicht mehr so übel an die Kommentare erinnern, aber das war einfach nur fresh. Sehr schön. Sehr schön. Von mir aus dann kassiert halt der andere. Der hat geblockt. was. Ja genau. Well F you. Here we go. Extreme Twister. Fit. Der andere muss mal mehr kassieren, sonst mischt er sich zu oft ein. So. Sehr schön. Jetzt geh doch da hoch, verdammt. Swanton. One. Two. Three. Nein. Ich hätte es fast gehabt, Alter. Du regst mich auf, man. So ein Scheißdreck. Das muss Jeff doch hinkriegen, verdammt. What the fuck? Ich hole Hunter rein. Sorry, Jeff. Aber du hast dein Bestes gegeben und du hast es ziemlich weit geschafft. Außerdem brauchen wir ein bisschen mehr. Abwechslung. Fuck you. Wenn du kassieren willst, dann... Kassier, Alter. Come on, Hunter. Ja, da läuft's. Das war... Ich... Ich hab's gewusst. Ich... Ich schwör's euch. Ich hab's gewusst. Aber ich wechsel. Weil ich jetzt Hunter haben will. Ich will jetzt Hunter haben. Hunter. Verarschen oder was? Ja, bis ich reinkomme, ist der wieder aufgestanden. Bam. Direkt, Alter. Direkt. Jetzt haut den weg. Sehr gut. Der kassiert als Pedigree. Bam. Suck it. Wo ist der? Da... What the fuck? Und schon wieder. Einzeit. Das reicht es. Jetzt gibts Böse. Steh auf, all. E-Tis. 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 diese Scheiß ich will zu den da komm schon jawohl alter jetzt heißt es 3 gegen 1 du Pisa jetzt geht's ab jetzt wird's fertig gemacht so jetzt ok Cina will rein Cina kommt rein und los geht's you can't see this 5 Knuckles Schuss das wars definitiv die die a a bam 1 1 2 3 zugeiz item dna on generation x 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 4 5